hallo ihr lieben wir waren erst mal gerade ein bisschen ein bisschen party ich begrüße euch im turm auf dem turm und eigentlich wollte ich nur nur zum briefkasten oder beziehungsweise zu meinem tresor aber hier ist so schöne stimmung in den sektor drinnen wie es aussieht laufen eros die da rumstehen finisher mit nahkampf nahkampf wieso steht er denn da rum und haut nicht ab zu lebensmüder mit finisher und vielleicht mal testen finisher das habe ich den finisher bei dings ausgesucht weiß ich gar nicht ich weiß noch als ich damals gespielt habe habe ich auch mal schon ein raumschiff trainier ich bin ja so sieht das hier wirklich tote hose aus war da habe ich doch da kann ich doch mit leeres schaden was machen zählt das als leeres schaden gerne okay wie gesagt wäre schön wenn das links angezeigt werden würde ständig da war doch deutlicher balken zu sehen ach so das ist das und vorgut ops was ist denn ops ach wenn ich mal nicht so blöd wäre aber ich kann mir nicht alles merken ich weiß ja noch gar nicht ob ich es überhaupt schon mal gewusst habe was denn ops ist ops so nahkampf nahkampf und helium sammeln ich komme alles roger so noch nicht muss hier noch ein bisschen rumhampeln da ist auch noch einer noch nicht hey hau ab ich kann nicht mehr viel brauchen ich glaube geht das schon wieder los scharhexen führen ein weiteres ritual in deinem sektor durch schick die war woanders hin zum zum kumpel dazu zu was ist das für name wie soll ich das aussprechen okay 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 Aber hier ist jetzt nichts mehr richtig los, ich fahr mal hier hin. Aber du brauchst aber lange, ne? Ja, brauchst aber lange. Noch ein bisschen Helium suchen. Und Nahkampf auch noch, ne? Ja. Finde ich unsichtbar. Cool. Ne, ich sag jetzt keine Patrouille, wir werden gleich immer was essen. Kann ich hier hin? Ja. 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 Was ist denn da beim Wickel? Ach, ich hab die Dings noch da drinne. Ja. Ey. Sonst geht's gut oder was, Jung? Und dann kommt das zu, die ich hab was, um, um. Oh. 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 So, der ist erledigt. Helium, Helium wollte ich noch eins, ein Helium, was ich mir noch finden lassen, oder? Hm. Helium. 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 Gut. Okay, Robert. Tja, der Rest muss ich, muss ich gucken, dass ich finde ich sinnvoll weiterkommen will. Das war's, das war's, das war's.